Oh! Oh, ne! Ne, 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 ne! Geht's euch gut? Geht's euch gut? Geht's euch noch gut? Geht's euch noch gut hier? Scheiße! Mann, 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 Mann! Oh, hohoho! Das war jetzt ja voll die Überraschung, du! Hey, Leute! Willkommen zurück bei Black Mesa! Wir sind hier in diesem riesengroßen Silo gerade mal hier runtergeklettert bei der Leiter und müssen jetzt hier irgendwie, glaube ich, mal bei diesem Manual Override das Teil hier mal anschalten oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, aber das scheint, als wäre das der einzige Weg, wo es weitergeht. Und wir machen das jetzt hier mal an. Oh, und es bewegt sich. Ja, toll. Komme ich denn da jetzt noch raus? Ja, natürlich komme ich da noch raus. Jetzt, oh, jetzt, was ist passiert, wenn das Ding jetzt hier abgeht? Ich habe Angst. Okay, wir fliegen nach oben. Cool. Soll ich da reinjumpfen? Oh, nice! Yay! Wow! Oh, oh, ich glaube, das ist nicht gut. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, Leute! Scheiße, ich habe Angst. Muss ich da rein, muss ich da rein? Ja, ich muss da rein. Komm, 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 Freeman! Freeman! Rein da! Ja, ja. Oh, nee, da kommt mir was entgegen, da kommt mir was entgegen. Oh, scheiße. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Geht aber nicht. Okay, dann muss ich da rüber. Komm, rüber, 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 rüber. Mit Schwung, Freeman, mit Schwung. Komm schon. Komm schon. Ja, 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 nein. Zu viel. Zu viel. Ja, wow. Wow. Gleich mal zu Anfang hier ein anstrengender Parto. Gleich mal zu Anfang hier. Sehr schön. Oh, muss ich da runter? Ich denke schon. Natürlich muss ich da runter. Oh, halt, quap! Halt, quap! Oh, oh, oh! Nein, 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 nein. Stirb. Oh. Wow. Alles klar. Es war immer wieder eine Netzeaktion. Oh, mein Spiel ist wieder ein bisschen zu laut eingestellt. So, gleich mal schön leiser gestellt hier. Wenn für euch bleibt, wenn ihr euch fragt, was machen, was machen wir denn dauernd mit der Lautstärke her, ja? Die Lautstärke ist bei euch natürlich gleich, weil ich mit Dextry aufnehme, nur bei mir ist ja halt ab und zu mal ein bisschen lauter oder mal ein bisschen leiser, weil ich höre ja hin und wieder mal bei meinen Parts selber rein, ob das alles passt. Das Mikro muss ich sowieso immer im Nachhinein lauter machen, weil er sonst immer zu leise ist. Aber dafür hört man dann weniger rauschen, im Endeffekt. Bei der Aufnahme dann. Das ist immer gut so, weil wenn ich das zu hoch stelle, dann hört ihr alles. Oh, ja, wieso habe ich gewusst, dass du aufstehst? So, komm, ja. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Oh, jetzt hat er zurückgehauen. Nichts zurückgehauen hier. Oh, da kommen aber noch welche. So, kommt mal rein hier. Hallo. Freunde, kommt mal. Du, komm mal hier. So. Ich will nämlich, dass der hochgezogen wird. Können die hochgezogen werden? Ich glaube schon. Ich glaube, der kann sich auch gar nicht dagegen wehren. Ja, der wird hochgezogen. Er wird jetzt gefressen. Mann, bin ich wies. Friss ihn. Ja. Ach, bin ich tot? Ja. Sehr schön. Oh, nee, 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 nee. Mich lass in Ruhe. War mir fast das gleiche passiert, wie mit dem, du. So. Alles klar. Hier haben wir noch ein bisschen Schutz eingesammelt. Und dann werde ich da jetzt mal reingehen und den Typen da töten. Oder ich werde den auch rauslocken. So, komm, ich möchte, dass du auch gefressen wirst. Das macht nämlich Spaß, hier zuzusehen dabei. So, komm her. Komm her, Headcrap Zombie. Hallo. Ja, komm schon. Komm schon. Und weg ist er. Hehehehe. Hehehe. Sehr schön. Ich habe den eigenen Viechern getötet. Ja, ja, ja. Das ist Ironie. Vom Feinsten. So, Granaten und Munition. Sehr schön. Oh, ich glaube, das Teil hier werden wir mal wieder brauchen. Aber wo kann ich denn das reinschieben? Wo muss ich denn das reinschieben? Ich weiß es nicht. Ich meine, sonst weiß ich immer, wo ich irgendwas reinschieben kann und muss. Aber jetzt fällt mir das gerade nicht ein. Oh, ich wollte das Bein aber gar nicht. Hallo, Bein. Oh, was ist denn mit dem Bein los? Schaut mal. Wow. Das Bein geht ab, du. Das Bein geht ab. Ja, ja. Ja, ja. Wo muss ich denn jetzt hier? Ah, da muss ich das reinschieben. Alles klar. Komm mal, ja, ja. Äh! Was ist denn mit dir los? Lass mein Ding in Ruhe, du. Das brauche ich. Das kannst du nicht essen. Ja, schmeckt dir nicht, ne? So, her damit. So. Dann muss ich das, glaube ich, mal hier schön machen. Ja. Dann ist das Grüne, geht die Tür auf. Wahnsinn. Ich bin ja ein Genie. So, wieder Munition. Oh, yeah. Magnum-Munition. Haha. Magnum. Ich liebe die Magnum. Mein Schuss und alles geht... Alles geht in den Bach runter mit einem Schuss. Das finde ich super. Sterben instant. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Ah, diese blöden Dinge hier schon wieder. Da fließt eine Tonne. Jetzt willst du aber nicht sagen, dass ich da schon mal davor war. Da war ich ja davor schon. Hallo? Warum bin ich jetzt hier schon wieder hier? Oh, hmm. Warum bin ich denn schon wieder hier? Könnt ihr mir das sagen? Warum? Ich checke es nämlich gar nicht. Ich checke es nämlich gar nicht. Da war ich ja davor schon, Leute. Nee, 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 nee. Bist du mich verarschen? Jetzt muss ich hier nochmal durch den Laden, Datenbildschirm hier. Ja, super. Sehr schön. Was ist denn da los, bitte? Kannst du mir nicht sagen, dass ich hier wieder zurücklaufen soll, oder was? Warte mal. Mach auf hier. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein hier. Hallo? Ah, hier sind die Pumpen an. Vielleicht hat sich jetzt irgendwas geändert? Was bin ich denn da? Hm. Vielleicht bin ich hier wirklich nur wegen den Pumpen, wo man es jetzt sagen, wo da drüben weiter. Ich weiß es nicht. Ich schätze es aber mal. Gut, dann werden wir uns das jetzt mal dranschauen, weil ich weiß ja sonst nicht, wo ich lagen soll. Muss ich vielleicht hier wieder runter ins Wasser und dann da wieder rüber? Ich weiß es nicht. Ich mache mal ein Quick Save. Ich glaube nicht, dass ich da wieder runter muss. Das macht ja keinen Sinn. Vielleicht muss ich doch hier wieder zurück. Hm, Leute. Ich bin gerade ein bisschen ahnungslos und planlos. Aber ich werde mal schauen, dass ich vielleicht doch... Ich habe ja noch volle Dinge da angemacht. Und da ist irgendeine Pumpe angemacht. Vielleicht muss ich jetzt... Ich habe... Ich weiß es nicht. Ich bin planlos. Ich habe null Plan. Aber ja, schaut mal. Das ist jetzt hier an. Das war davor, glaube ich, nicht an. Vielleicht muss ich ja jetzt hier wieder rüber zum Silo. Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt bin ich ja wieder bei dem Vieh hier. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage, ob es jetzt hier weiter geht oder nicht. Aber hier kann ich da runter. Alles klar. Gibt es hier irgendwas? Ja, Herdweif, hallo. So, hier war ich noch nicht. Im ProPlab 3 war ich noch nicht. Nein, da war ich noch nicht. Da habe ich aber das Vieh von da oben hier unten getötet. Das weiß ich noch. Oder war ich hier doch schon mal? Ne, da war ich doch schon. Ne, da war ich nicht. Ne, da war ich nicht. Hätte ich mich erinnert. Hätte ich mich erinnert, dass ich hier war. Ja, wieso wusste ich, dass wieder so ein Bildschirm daherkommt. Oh, dreimal Munition aufgesammelt. Sehr schön. Für die Pistole, wie es aussieht. Könnte ich mal wieder für die Headcrabs benutzen. Oder für diese blöden Zombies, da. Ja, hier war ich nicht. Hier geht es definitiv weiter. Das ist sehr schön. Oh, seid ihr tot? Ja. Ne, ihr steht noch mal auf. Ich schieße meine Fälle rein. Ja, die stehen auf. Boah, die stehen auf, die Schweine. So, kurzen Prozess hier mit euch. Oh ja, Kisten, 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 Kisten. Yay, Kisten. Und auch schon Energie gesammelt. Sehr schön. So, kann ich dich aufheben? Ja. So, hier lecker. Happa, Happa für dich. Friss dich mal satt hier. Deinen eigenen Freunden. Okay, ich bin hier schon voll und brauche hier gar kein Leben mehr. Das ist natürlich fein. Oh, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich. Ich töte ich mit einem Schuss. Okay, mit zwei Schuss. Alles klar. Hier gibt es noch mal schöne Energie. Da hinten ist noch ein Toter. Hallöchen. Munition gibt es auch, Mann. Sehr schön. Voll zugeschüttet mit allen möglichen Scheißen. So. Fließende Latte hier. Oh, dich hat das Vieh aber schön von hinten penetriert. Den hat es doch wahrscheinlich noch gefallen, doch. Ah, schön. Mit dem Aufzug ist mir, glaube ich, hier los. Oder was ist das? Aber hier muss ich mal auf irgendwas drücken. Kommt jetzt ein Aufzug runter? Kommt ein Aufzug rauf? Ich weiß es nicht. Aber, ah ja, da kommt ein Aufzug rauf. Ich sehe Herr Crabbs. Sind das Herr Crabbs? Ne, sind keine. Oh. Oh, ne. Ne, 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 ne. Geht es euch gut? Geht es euch gut? Geht es euch noch gut? Geht es euch noch gut? Scheiße. Mann, 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 Mann. Oh. Oh, das war jetzt eine volle Überraschung, du. Holy shit, habt ihr mich überrascht. Das war jetzt überhaupt nicht nett. Aber so gar nicht. So, euch tötet ich jetzt mit einer Granate. Spare ich mir Munition. Sehr schön. So, was mache ich mit euch? So, den balle ich wieder weg mit zwei Schuss. Ja. So, du. Die ganzen Dinger da oben muss ich aber auch leider töten. Aber was mache ich mit meiner Pistole? So. So. Nachladen. Dann machen wir dich auch noch fertig. Die machen wir auch noch fertig. Ah, ne, du bist schon fertig. So, dann bist du schon fertig. Und, äh, die da drüben kann ich lassen, weil ich weiß, was jetzt kommt. So, Schrotflinte ausgepackt. Ah, ich hätte davor noch nachladen sollen. So, dann kommt man her hier. Oh, es fliegen hier Rollen. Es rollen Augen durch die Gegend. Sehr schön. So, eins. Zwei. Drei. Seid ihr alles? War das davor wirklich nur drei Viecher? Ja, aber gut, die haben mich so überrascht. So, frisst das? Die haben mich so überrascht, dass ich wirklich sofort drauf ginge. So, hier noch ein bisschen Munition gesammelt. Okay. Da fließt noch ein Beinchen. Wo ist das? Hier. Da fließt ein Beinchen. So. Muss ja die Viecher auch ein bisschen füttern. Ja, die sind da. Alles klar. Und dann, ab geht's. Geht's nach unten. Ich hoffe, ich stürze nicht ab und lande im gelben, grünen Klipper. Das wäre nicht so schön. Das wäre natürlich nicht so toll. Ja, ja, ja. Ich habe schon meine Vorahnung gehabt hier, dass das passiert. Jetzt komm. Geh runter hier. Muss ich vielleicht irgendwo abspringen. Ja, ja, ja. Nee, ich bin so doof. Ich hätte abspringen sollen. Ja, großer Gott. Der wird mir auch nicht melden. Ich muss zu Leiter. Ich muss zu Leiter. Ich kämpfe noch. Ich kämpfe noch. Ich kämpfe noch. Ich kämpfe noch. Ich bin tot. Es ist halt immer so eine Sache, wenn man eine Vorahnung hat und man weiß, dass das passiert und dann, ah nee, jetzt bin ich wieder hier. Ja, ist super. Und dann macht man es nicht und dann bereut man es. Das ist wie Final Destination, kann man das halt sagen. Boah, jetzt haben wir die überlebt auch noch. Blöden Viecher, ey. Überleben, das Ganze. Gibt's ja nicht. Der muss mich auch wirklich jedes Mal anspucken. Ja, das ist echt Wahnsinn. So, fließt das hier. Kann ich dich schön abschießen hier? Nee, kann ich gar nicht. Sechs Schüsse brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, tot. Nee, nicht mal. Du brauchst wohl extra sieben, oder? Ja, ein, dieser tot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aha. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Okay. Sehr schön. Die machen wir auch noch dann. Alles klar. So, dann lade ich mir hinten noch schnell die Money. Müssen wir das alles doppelt machen hier und dreifach, weil ich so doof bin und immer wieder sterbe. Ja, ja. 40% weiß ich mittlerweile. So, schnell nachladen hier, bevor die Hundis wiederkommt. Und Nummer eins. Und Nummer zwei. Ah, toll. Dann habe ich da von den Arsch geschossen und nichts ist passiert. Sie sind wahrscheinlich nur bei diesem schwarzen Ding hier. Am besten zu verwunden, habe ich gesehen. So, quicksafe, Leute. Nicht, dass ich jetzt hier nochmal sterbe. Jetzt weiß ich ja, dass ich raus muss. Jetzt habe ich das gelernt. So, und runter geht's. Und ich glaube auch zu wissen, wo ich da raus muss. Und zwar hier. Ah, mein Hund hat wieder gefurzt. Uff, das ist ja grausig, du. Ich weiß ja nicht, wenn ihr einen Hund habt, ja. Vielleicht habt ihr einen. Dann wisst ihr, wie grausam das ist, wenn ein Hund furzt. Ne, 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 ne. Wow, 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 wow. Okay, jetzt habe ich hier Kacke gebaut. Ich muss quicksafen, Leute. Das wird hier jetzt actionmäßig. Das hier wird jetzt sehr, sehr actionmäßig. Und, oh, ja. Sehr cool. Ich bin cool. Ich habe es geschafft. Ähm, spring ab hier. Jawoll, jawoll. Dr. Gordon Freeman. Ist der Beste. Hallo, Freund. Du wartest jetzt, bis ich da gekommen bin, um das zu machen, oder? Naja, so sind die Wissenschaftler. Weil die sind einfach nur Idioten. Idioten, ja. Idioten. Ne, ich wollte sagen, die sind einfach nur Idioten ohne Eier. Okay. Da ist Glüden. Da muss ich, glaube ich, rennen, oder? Ja. Oh, das geht sogar von selber. Caution, Radiation Hazard. Radiation mag ich nicht. Oh, ja, das ist Radiation. Sehr schön. Ist aber nicht gut. Leute, Leute. Hey. War ich da fast reingerannt? Du musst sterben, leider. Kannst mich hier nicht im Weg versperren, du. Ah, nicht schon wieder. Toll. Für die Vieh hier echt. Okay. Kann ich da reinspringen? Nö. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ich geh mal da lang. Oh, da ist einer drin. Ein großes Vieh, ich da drin. Hallo, Vieh. Oh, das stimmt sogar mit Einschuss. Sehr schön. So, Taste gedruckt. So. Das hat jetzt wahrscheinlich die eine Sache gemacht und jetzt muss ich wahrscheinlich da drüben wieder was anderes anmachen. So. Halt's Maul! Geh mir nicht auf den Sack hier, feige Sau. Okay. Gut, Leute. Wir werden dann beim nächsten Part sehen, was hier passiert ist und was hier los ist. Und wir sehen uns dann einfach wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.